Christian Berg, Trainer der siegreichen Dörrbacher, 1-0 gewonnen. Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Mannschaft heute ein? Ja, Mannschaft war gut. Wir könnten eins besser als ein normales Derby. Ich denke am Ende, aufgrund der zweiten Halbzeit, waren wir ja eigentlich überlegen, hoch überlegen und haben verdient 1-0 gewonnen. Insgesamt die Entwicklung ist ja doch durchaus positiv. Ja, wenn man die letzten fünf Spiele sieht, kann es mehr verloren. Und von daher geht der Plan voll auf. Wir sind voll im Soll. Ja, kleine Rückschläge kommen noch. Hatten wir auch schon. Und ja, müssen wir wegstecken, weiter daran arbeiten. Die Mannschaft wächst zusammen und ist man nicht mehr bange, da eine gute Saison zu spielen. Wie hoch geht es noch für Dörrbach? Gesichertes Mittelfeld? Nicht der Abstieg.